So eine Schere ist was ungemein Wichtiges und Praktisches. Es gibt Papierscheren, es gibt Haushaltsscheren, es gibt Kinderscheren, es gibt Blechscheren, es gibt Karosseriescheren, Geflügelscheren und neuerdings gibt es auch eine Genschere. Denn der kleinste Bauteil des menschlichen Körpers, das Genom, kann neuerdings durchgeschnitten werden. Als Laie habe ich das so verstanden. Durch eine neue biochemische Technik, CRISPR genannt, können Forscher Gene ausschalten, Defekte durch intakte DNA-Teile ersetzen oder neue Gensequenzen einfügen. Das Verblüffende dabei ist, du merkst nachher noch nicht mal, dass am Genom herumgeschnibbelt worden ist. Jubel, sagen manche, endlich kann man schlimme genetische Krankheiten heilen. Finger weg, warnen andere. Die Veränderung des Erbguts wird ja über Generationen weitergegeben. Wir kennen doch die Folgen gar nicht. Wir Christen glauben, Gott hat uns Menschen diese Welt anvertraut und wir dürfen sie uns untertan machen. Wir dürfen forschen, wir dürfen neue wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln und zum Wohl der Menschen einsetzen. Aber wir sind nicht Gott. Uns gehört das Leben nicht. Wir sollten uns davor hüten, uns wie Gott aufzuspielen und vorsichtig sein, am menschlichen Genom herumzubasteln. Heute im Nachtgebet bete ich für alle Wissenschaftler, dass sie bei allem Forschungsdrang demütig bleiben und sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sind. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar. 05 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020